Der Sit & Relax ist eine äußerst praktische Hochstuhlkombination mit zwei individuellen Aufsätzen fürs Baby und fürs Kleinkind. Das Gestell ist nämlich so konstruiert, dass auf ihm entweder der Babyaufsatz oder der Hochstuhlaufsatz angebracht werden können. Die Arretierung erfolgt dabei äußerst einfach mit wenigen Handgriffen. Ja quasi vom ersten Tag an kann Ihr Baby am Familiengeschehen teilnehmen, denn der Hochstuhl mit dem Babyaufsatz ist direkt an den Tisch, an den Esstisch mit heranschiebbar und so ist Ihr Baby immer mitten im Geschehen mit dabei. Oder Sie betätigen diese Griffe und mit der siebenfachen Höhenverstellung ist der Baby immer mit Ihnen auf Augenhöhe. Gleich vom ersten Tag an kann es sich Ihr Baby in diesem Babyaufsatz gemütlich machen. Er ist ergonomisch geformt und so richtig kuschelig. Ihr Baby liegt dank des verstellbaren Dreipunktgurtes wirklich sicher in diesem Babyaufsatz. Mit einer Hand können Sie die Rückenlehne für optimalen Liegekomfort verstellen und das Süße Mobile fördert die motorischen Fähigkeiten Ihres Kindes. Um den Babyaufsatz abzunehmen, betätigen Sie einfach diese beiden Knöpfe und nehmen ihn runter. Denn sobald Ihr Baby selbstständig sitzen kann, können Sie den Hochstuhlaufsatz benutzen. Der Hochstuhlaufsatz überzeugt durch einen breiten, ergonomisch geformten Sitz. Er ist ganz weich gepolstert und die hohe Rückenlehne lässt sich in drei Stufen verstellen. Die Fußstütze können Sie individuell auf die Größe Ihres Kindes einstellen. Der Fünfpunktgurt sowie der Mittelsteg sorgen dafür, dass Ihr Kind sicher in dem Hochstuhl sitzt, wenn es gemeinsam mit Ihnen am Tisch sitzt und die Mahlzeiten einnimmt. Beim Hochstuhlaufsatz mit dabei ist dieses praktische Ess- und Spielbrettchen. Es ist leicht abwaschbar, also Sie können es leicht reinigen und um es abzunehmen und anzubringen, betätigen Sie diese Griffe. Außerdem können Sie es in der Tiefe in zwei Stufen einstellen. So hat Ihr Kind immer einen hohen Sitzkomfort. Die praktische Bechervertiefung sorgt dafür, dass Getränke nicht so leicht umfallen können. Aber da beim Essen immer mal was daneben geht, lässt es sich ganz einfach reinigen. Auch beim Hochstuhlaufsatz ist diese siebenfache Höhenverstellung praktisch, damit Ihr Kind immer mit Ihnen auf Augenhöhe ist. Spielzeug und andere Utensilien finden im geräumigen Ablagekorb Platz. Der Sitten Relax lässt sich ganz einfach durch zwei Handgriffe zusammenklappen und durch die Rollen am Boden verschieben. Dank der Doppelfunktion können Sie den Sitten Relax lange Zeit nutzen. Der Sitten Relax ist das multifunktionale Starter Set ab der Geburt. Höhenver semiconductor fondüyorumung Jan.